Seid ihr bereit für ein paar Herausforderungen? Also ich bin es! Wir fangen mal an mit der Peitschensache. Sammle goldene Münzen mit Hilfe der Peitsche ein. Hier ist Timing gefragt. Möchtest du diese Prüfe antreten? Ja, wollen wir. Wir sind schon längst Peitschenkörbe gewesen. Egal. Okay. Okay. Die Peitschen Tornado sammelt die Flucht. Dann wollen wir mal. So, komm her. So. Komm her. Das schaffen wir aber diesmal. Diesmal kriege ich Gold. So. Super. Geht mir aus dem Weg, ihr kleinen Ratzviecher. Hier trifft mich niemand. Warte mal. Warte mal. Runter. Warte mal. Wie komm ich jetzt da ran. Keine Ahnung. Es wäre cool wenn mir mal sagt jemand da ankommt. nein! Oh Gemeinheit! Geschafft Ah Boah, die Aufgaben haben es in sich Wow Nein Wow Mal gucken Ich glaube nicht Das war ja so schlecht Nochmal Wurde auch zu oft getroffen Ah, warte mal Nein So 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 Ja, ihr Mistviecher Ich darf nicht getroffen werden So Nein Warte mal noch zurück Boah, verdammt Komm schon Verdammt 10.000 Punkte Und komm schon Verdammt Verdammt Ah Das wird nichts Nein Ach, leck mich doch Schatzabzug geheimen tipps warte mal mit der schnell petze heißt du mehr gegen eines weiß ich habe ich auch gemacht also irgendwie werden wir mal schlechter die sind so schwer die dinger okay 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 jetzt habe ich gar nicht geachtet wie viel wie viel wir einsammeln müssen so schwer hier ach so warte mal nein halt so es könnte was werden so das sieht schon mal gut aus ich hätte es noch viele punkte ohne so los geht's nein nicht runter nein so jetzt komm schon nein wo auch immer nein ach man ich habe einmal Schaden gekommen das wird nichts es muss was werden komm schon bitte ach nö na irgendwann schaffen wir es schon aber jetzt nicht naja machen wir erstmal weiter ich werde es schon schaffen keine Sorge Leute aber erst später wir sind aber auch für 100% wichtig und da ich 100% machen will mache ich es auch oh ähm kurze Pause ich bin gleich wieder da ja Leute ihr habt gerade richtig gesehen Batterie war leer und ähm jetzt musste ich mir schnell irgendwo Batterien holen oh was haben wir denn hier diesmal alles nee warte komm her Superheld die Mu ey halt mal kurz auf die Musik die ist ja mal geil was hat der eigentlich für Fähigkeiten warte mal kataportiere dich mit einem Powersprung in die Luft schieße ein unerfallenden Kometenangriff wieder das ist alles was er kann warum war das klar dass die Teile runterfallen nein komm her mein Mann mein Mann was bist du für einer Ninja Shuriken das kann er verbirg dich in Schatten verschmilzt mit der Dunkelheit und überrasche dann den Gegner mit einem Blutenwind kurz drücken Wurfmesser Stoß Sputangriff Blitzangriff Ninja Kick Rauchbombe Rauchbombe Blütenwind oben oder unten grob schneiden nehm einen Gegner nehm einen supertrop warte mal geil wow keine Aufladen? weiter gucken jetzt mal ähm warte mal was ach so ok mal gucken erstmal weiter gucken ja das war gerade der Blütenwind ich hatte und ein Rauchbombe ok ok in der Luft Wand hängen aha in Swantinger Wandschuss Wandspringer direkt nach einem feindlichen Rauchkonter direkt nach geblocktem Angriff auf dem Wasser Wasser nein das ist mal wieder ausprobieren so warte mal oh das wollte ich nicht alt so mal gucken nee warte wie ging das jetzt hier ah geil das ist ja Hammer guck mal ich will es dir rein gut warte was geht ah ok cool der Samurai der Ninja ist cool komm sag ich das verliehe ich den Eiszapfen von der Decke zack 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 schule kennen vor wenn ich hören will muss fühlen na komm weg ey ich finde die Musik hier so geil der Soundtrack ist so hammergeil warte mal erstmal gucken wo die Bombe hinführt ey wie weit Musiken da laufen mann dann sage ich machs gut mein lieber Ninja wir sehen uns wenn ich dich freigeschaltet habe war mir jetzt egal halt kommst du her ich dachte wo ich fall runter ich muss dazu sagen ich dachte es auch hallo danke wuuhh 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 spooom köpfe im schwitzen ich spiele gerade wie so ein idiot gerade knapp wieder mal habe ich euch eigentlich schon mal gesagt dass ich die musik einfach nur geil finde spikes leute wir müssen leider wieder den partner bänden wieder gedacht ich war unter nein ich falle nicht runter ok aber leute wir sehen uns wieder nächsten part und sage ich mir mal danke fürs zusehen wie damals wieder sehr viel spaß gemacht das ist so gut hat und schon mal sagen wir sehen uns im nächsten part wieder mal und bis dahin macht's gut tschüss 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 tschüss